die erste typen von der esel ja ok hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen runde was es ist csgo wingman road to global nummer 69 christian genau nummer 69 armen könnte einer olof rein sein ein elektrik fuck alter ich hab schon headshots gekriegt ach er ist richtig fängt ja schon wieder genauso an was dass du die kills abstaubst naja dass ich dich haben muss weil sie wachst du dich halt auch mal ob die gegner bissel doof sind aber die teammates danke es ist gut only es gut es ist gut gehört nicht bei mir du musst gleich mit der ump irgendwo close gehen willst du eher ich würd äh links gehen hier ne eivik mach das sind beide beide einer beide einer auf red ein ja jetzt hast du abgestoppt schon danke wenn du den nicht da ankriegst kein nichts dafür wenn du die headshots nicht hättest let's go ich traf gleich einer aber von dir schon wieder beide raus oh ja einer raus Bombe Flasch einmal Richtung Boxstäbe oh jetzt geht der E-Box-Morra weiter ist ja jetzt gelattet nice aber die Map ist glaube ich auch ziemlich CT-lastig auf Wingman oder? kommt drauf an ob du Bots als Gegner hast? ne ob du selber ein Bot bist oder nicht pusht er da schon wieder, aber er ist schon wieder hinten easy for instance, instance, instance put that upper belt put that upper belt phew schon die AK gedodged ja ich hatte das schon hinter der Hunter, musste ich erst noch wegwerfen fack noch da ist schon noch Blut drauf aber ich hab kein Aim ey, boah ist das peinlich mit der 16 AP an ich sah gerade ein bisschen nach Wallhack aus, aber ich hab noch ein Spiel gehabt aus Versehen aus Versehen oh ja und ich hab dann halt einfach absolut nicht warm naja ich hab halt schon ne Runde ich hab halt schon ne Runde ich hab halt schon ne Runde ja, möchte ich ich hab halt schon no wonder Rainbow Six und äh Counter-Secondition Zero gespielt, das hat nicht geholfen das ist vielleicht wieder raus, ich weiß es nicht ich glaube sie kommen pop, äh hier Ivy kann gut sein ja, kommen sie andere ist bei dir, okay Lügner Leute kommen hier hmmm kommt hier hmmm ja, sorry, da ist einer durch den Smoke gepusht ich wusste nicht ja, ist mir doch egal rinzese Calls, bitte hier Mann aah aah ich weiß es was pop lol, pop hat auf mich geschossen oah, das ist tag ich weiß ich hab yo, moin alter da war der ja, Schnauze hm weißt du was, ich renne jetzt direkt auf Main zu mach das mach mich stolz weißt nicht äh, die spawns sind ja sowieso noch mit dem T-lastiger jetzt, oder? I don't know ja, Main, alter könnte Olaf durchsagen da 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 Smoke for Main drawing smoke Grenade out ja, ist Main raus gerade dem der ja, ist Main raus gerade wird elektrik sein, also, bin mir sicher Boah, das ist schon wieder gezeigt, 30 HP, ich glaub an dich Wow So amazing, amazing Ich bestell nicht mehr bei Amazon, sondern bei amazing Wie fühlst du dich nach diesem wundervollen Klatschen? Don't know, fühlt sich merkwürdig an Feeling thank you Ich fühle mich wie happy zu seinen besten Lurker Zeiten Die gab's nie Wo willst du eigentlich lang? Was ist der Plan? Keine Ahnung, ich hab keine Scouter, weiß ich nicht, wo ich hingehen muss Ne, ich werf jetzt einfach mal einen Decoy in Ivy Ich folge dir unauffällig Und dann renne ich hinterher Oh mein Gott, es hat geleckt Ich bait dich mal ein bisschen Ja, da steht einer auf dem Bomb-Train, glaube Ich hab grad gerade gesehen, wie er rotiert hat Hast du was gesehen von dem? Ja, ich hab einen auf dem Spot gesehen Warte, hab ich gesehen? Doch, hat er nicht Das war gut, du bist halt ein Bottin Das sind zwei Aber ganz ehrlich, es gab keine guten Zeiten von Happy als Lurker Das war immer lächerlich, da drauf ist ein ganzes Team gebetet Das ist ein Fakt Du bist ein heimlicher Happy-Fan Naja, eigentlich nicht Ich weiß nur, dass sich das System hat nicht triggert Ich weiß nur, dass sich das System hat nicht triggert Alles Der ist, der ist traurig jetzt Hast du wieder anderes? Nee Gibt's die Bombe mit? Ich vermute mal Ivy oder so'n Scheiß Vielleicht ist er auch durchgepusht, Ivy Nein, das ist korrekt 633 Ernsthaft Das Bomb-Train irgendwo links, glaube Ja, Bomb Ich bin verbundet für dich 0% Easy für End In der Mitte Mehr Easy für End's Easy für Ends Ohlse-Chybe Na komm, ich probier jetzt auch mal Scout aus Wenn du die Schregerndzeit spielst Weißt schon, dass ich da jahrelang harte Arbeit dafür blav Ja? Glaube ich nich Kann man nicht einfach sagen, ich mach das jetzt Aha, okay Wo steht ich? Oder sprayst du gerade bei der Diegel? Diegel Ich habe gerade festgestellt Ich habe fast gerade schon wieder Prefied einen, es steht Ivy Ivy ist halt keine gute Position Wo Ivy? Grünschein Wo war der andere? Weißt du das? No, no, die andere stand E-Box E-Box? Ja, es hat gepusht gewesen Close up mine E-Box ist ja nur da Wo sind die Alter What the actual fuck Ich habe ja übelst Angst gerade zu planten Ich habe dich Plant halt für Connector Ja, Connector, ey, Grundlinie Na, links Ja, der hat alles gecheckt, ich hätte nur noch oben im Window checken müssen Na ja Ein Popdog stand da, wie ich vermutet habe Jo, GGWP, erster Sieg mit Christian Easy win Uprank? Nein Also known as the bot The what? The bot The bots vielleicht Ja, dann, äh, kein Uprank leider Bis zum nächsten Mal Wenn euch das Video gefallen hat Lasst gerne ein Like oder ein Abo da Wenn ihr Anmerkungen, Fragen oder Ideen habt Schreibt sie in die Kommentare Den Uploadplan findet ihr wie immer in der Videobeschreibung Und falls euch das noch nicht reicht Folgt mir auf Facebook oder Twitter unter At RBRitchieRB Und wenn euch das Video gefallen hat